Partner, bereit für die nächste Runde? Au, na warte. Kleiner Tipp, reg dich nie mit ihr an. Ihre Linke, ist echt stressig. Deine Rechte ist aber auch nicht schlecht. Ich fühle mich geehrt. Bis später, Daphne. Logisch. Ich bin nochmal weg. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ganz schön viel Power für eine Anfängerin. Ich hab ja auch einen guten Trainer. Trotzdem mal eine Pause, wenn es dir nicht zu viel wird. Hast du jetzt Angst, was? Vor einer Riesen wie dir? Nö. Bevor ich Schleppmache, gehst du in die Knie. Boing. Ey, das ist ja unfair. Wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Ich bin mit Mink verabredet. Ich reiß mir den Kopf ab, wenn ich zu spät komme. Das soll man nicht übertreiben. Hey, nicht frech werden, ja? Eine Runde geht noch. Gut. Das ist ja nicht. Ich bin mit Mink.